Hallo, hier ist Brigitte von Stempelfantasie und heute geht es um diesen Jahreskatalog, Mai 23 bis April 24, der zum 30.04. aufhört, endet. Genau, am 9.04. startet der Ausverkauf mit den auslaufenden Produkten. Und die Liste ist so lang, was ausläuft und was reduziert ist und es ist wirklich viel reduziert. Und selbst ich als, ich sage jetzt mal, alter Hase, habe mich echt schwer getan, bei dieser Liste durchzublicken. Also habe ich mir gedacht, ich setze mich hin und gehe mit euch das Einzelne durch. Ich habe mir überall aufgeschrieben, welche Prozente es wo raufgibt, was rausfällt. Und das würde ich jetzt gerne gemeinsam mit euch durchgehen. Und zwar, starten wir mal, der ist wirklich schon abgegriffen. Also ihr seht, ich habe da ganz viel drin gearbeitet und rumgeschaut. Und jetzt legen wir direkt mal los. Also vielleicht noch ein paar Worte. Der Ausverkauf startet am 9.04. geht bis zum 30.04. Der neue Katalog startet zum 1.05. Der Ausverkauf startet zwar erst am 9.04, aber jetzt ist ja schon bekannt, welche Sachen rausfallen. Das heißt, diejenigen, die gerne das eine oder andere Schnäppchen machen, die werden bis zum 9.04 warten. Diejenigen von euch, die aber gerne auf jeden Fall noch das eine oder andere Set hätten, was rausfällt, sollten sich überlegen, ob sie nicht vorher zuschlagen. Das gilt insbesondere für die Papiere. Das gilt insbesondere für Stempelkissen, Stempelfarbe, Farbkarton der Incolors, weil die gehen definitiv raus. Und da gibt es meistens auch einen großen Run drauf. Und ja, sollte es ein oder andere Stempelset oder Stanzformen dabei sein, die ihr unbedingt noch haben wollt, dann wartet nicht zu lange. Und noch ein anderer Tipp, am 9.04, wenn der Ausverkauf startet, beziehungsweise da starten halt die Rabatte. Und da ist es durchaus möglich, dass es einfacher ist, durchs System zu kommen, wenn ihr online bestellt. Sprich, in meinem Online-Shop. Und da könnt ihr direkt eure Produkte wählen und müsst nicht auf eine Sammelbestellung warten, die ich zwar direkt in der Früh machen werde. Also von daher gehe ich das jetzt mit euch durch, damit ihr mir bis zum 8.04. eure Bestellung schicken könnt. Und dann würde ich die direkt in der Früh eingeben und schauen, was ich davon noch bekomme. Aber einfacher ist, wenn es ihr selber macht zu dem Zeitpunkt. Manche Nachteulen sind vielleicht nachts noch auf und können direkt nach Mitternacht reingehen. Manche sind vielleicht früh auf der und machen es um 5 in der Früh. Wie auch immer, ich glaube, dass die Chance da am größten ist. Und schaut dann bitte unter shop.stempelfantasy.com. Da kommt ihr direkt auf meinen Online-Shop. Genau. So, jetzt aber genug der langen Vorrede. Jetzt gehen wir das Ganze mal durch. Dieses Stempelset und das ganze Produktpaket fällt raus. Und das Stempelset ist nicht reduziert in Deutsch. Es ist nur reduziert in Englisch. Und zwar 40%. Also solltet ihr sagen, euch kommt es auf die Balance an, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das Englische zu nehmen für 18 Euro anstatt 30 Euro. Und die Standsformen sind um 10% reduziert. Das heißt, sie sind bei 37,80. Wenn man das zusammennimmt, ist man aber auf jeden Fall günstiger als der ursprüngliche Betrag. Genau. So, dann fällt, weil ich muss mal gucken, dass es hier, dass ihr es also sehen könnt, das Stempelset Carousel Horses. Das fällt auch raus. Stempelset 10% reduziert auf 27. Die Standsformen sind gar nicht reduziert. Es fällt raus, ist aber wenig reduziert. Dann kommt das Produktpaket Runde Sache. Das ist in Englisch um 50% reduziert auf 15 Euro. Also in Deutsch ist es regulär. Und die Stanze, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe sie nicht gefunden. Also ich habe sie weder im alten Katalog, dass sie rausfällt, also in der Liste, noch im neuen Katalog gefunden. Also da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Das müsste man wirklich schauen, wenn der Ausverkauf dann startet. Und wichtig noch im Online-Shop findet ihr dann unter Ausverkauf am 9.04. Alle Produkte, die reduziert sind, beziehungsweise die rausfallen, also die ganzen auslaufenden Produkte, die, die reduziert sind, mit entsprechendem Rabatt, die, die nicht reduziert sind, sind unter Auslaufend gekennzeichnet, weil die tatsächlich zum 30.04. dann rausfallen. So, machen wir weiter. Charming Sentiments. Stempelset ist um 50% reduziert auf 14 Euro. Das ist zwar in Englisch, aber sind sicherlich die ein oder anderen Sprüche, die man gut gebrauchen kann. Und für 14 Euro ist es schon eine schöne Sache. Die Gruß-Silhouetten, das ist jetzt noch die Frage, das habe ich mir hinterher immer notiert, das habe ich am Anfang noch nicht so ganz umrissen, dass die hinten alle aufgeführt sind. Jetzt schauen wir mal, 164, wie heißt es jetzt, Gruß-Silhouetten. Gruß-Silhouetten, ja, da schau her, sind 60% reduziert auf 17,20 Euro. Also, schrei mal das mal zu. Standsformen, warum geht das nicht? Standsformen, 60%, 17,20 Euro. So, da habe ich es nämlich gemacht. Lazy Days. Das Produktpaket, die Produktpakete, da gibt es nie Rabatt drauf. Die sind ja eh schon rabattiert, sondern immer nur die Einzelnen. Und bei dem zum Beispiel gibt es kein Produktpaket, das ist übernommen worden. Damals, aus einem anderen Katalog, vermute ich, auf jeden Fall gibt es da kein Produktpaket, sondern nur einzeln. Deshalb steht da dabei, passend zu den Standsformen, Gruß-Silhouetten und die sind auf Seite 164 zu sehen. Und deshalb sind die auch getrennt aufgeführt, weil diese Liste geht nach Seitenanzahl. Und wenn die hier vorne nicht mit aufgeführt sind, weil es kein Produktpaket ist, beziehungsweise hier sind sie auch nicht aufgeführt, also sie sind alle immer nur hinten bei den ganzen Standsformen aufgeführt. So, und da habe ich mir jetzt die Mühe gemacht und das immer dazu nachgeschaut, damit ihr wisst, wie viel kostet denn das Stempelset dazu, beziehungsweise Stempelset und Stanzen. So, machen wir weiter bei Lazy Days. Das Stempelset 30% reduziert für 21 Euro, die Standsform 50% für 21 Euro. Heißt, ihr seid mit 42 Euro für das gesamte Stempelproduktpaket dabei. So, mein Lieblingset, die Kirschen, die süßen Kirschen und das ist richtig knallermäßig auch reduziert. 40% der Stempelset, Stanze 50%, seid ihr bei 26,70 Euro für das gesamte Set. Ist doch mega, ich finde diese Kirschen so toll. So, weiter geht's mit saisonalen Zweige. Ich mache das mal hier oben hin, damit man es besser sieht. Stempelset 50% reduziert, die Standsform 21 um 50% reduziert. Also sind wir insgesamt bei 36,50 statt 65. Also das ist schon Bombe. Alles 50% reduziert. So, hier geht's weiter. Das ist auch ein ehemaliges Produktpaket, jetzt nur noch einzeln erhältlich. Da habe ich es jetzt gar nicht dazu geschrieben. Ich glaube aber, filigran, floral, dass das übernommen wird. Ich gucke jetzt nochmal, 163. Doch, filigran, floral, 50%, 22. 25, äh, 50%, 22 Euro die Standsform hier zu diesem Set. Dann, Stempelset wird übernommen. Also dieses Sprücheset ist im nächsten Katalog mit drin. So, hier machen wir weiter. Etikettkreation, die ist auch reduziert. Und die ist auch, meine ich, in fünf, warum habe ich das noch nicht dazu geschrieben? Stanze, die habe ich nämlich noch hinterher rausgesucht. Da kommen wir auf den letzten Seiten aber auch nochmal dazu. Die ist auch 50% auf 13,50 reduziert. Das weiß ich so völlig auswendig. Also auch wieder das komplette Produktpaket um 50% reduziert. Also sprich, ähm, zusammen, was sind's dann? Ähm, 25, 25 Euro. Ist doch der Hammer, oder? Mega. Ja, so, das fällt auch raus, denn Standsformen sind um 50% reduziert. Und das Stempelset ist nicht reduziert. Ist das richtig? 24, gucken wir mal. Das ist aus der Natur. Ne, genau, das ist nicht reduziert. Ähm, das bleibt bei 31 Euro, ob die Standsformen dazu sind um die Hälfte reduziert. Das ist ja auch schon mal was. Heimliches Licht ist auch ein, also gibt es auch ein paar, äh, äh, die passenden Standsformen dazu. Ist sogar um 60% das Stempelset reduziert auf 11,20 Euro. Die Standsformen um 40% auf 22,80 Euro. Also auch, das ist mit dieser Laterne, mit dieser Gaslaterne, die Standsform. Auch ein süßes Set und vor allem die, die Sprüche sind echt herzig. Allein wegen der Sprüche für 11,20 Euro ist das doch super, das Set. Auch ein tolles Set, ist auf, die Stempelset ist auf 60, um 60%, auf 10,40 Euro reduziert. Und die Standsformen, gewählte Konturen, die seht ihr hier, sind um 20% auf 34,40 Euro reduziert. Da lohnt es sich vielleicht auch mal, nur das Stempelset zu nehmen. So, das hier geht raus, ist aber nicht reduziert. Herzenspost? Ich glaube, das war nicht reduziert. Wenn mich nicht alles täuscht. Herzenspost, nee, ist nicht reduziert. Und die Standsformen, muss ich auch nochmal nachgucken, hab ich das denn nicht aufgeschrieben? Ich wusste, wenn ich nicht alles aufschreibe, dann suche ich dann hinterher doch wieder. So, jetzt gucken wir mal. Herzenspost, doch, Herzenspost, in Deutsch, sind um 60%, Standsformen 60%, reduziert auf, wo sind es jetzt, 16 Euro. Das ist doch mega. Aber das Stempelset ist nicht reduziert, aber die Standsformen dafür. Und das ist echt süß mit dem Herzenspost. Genau, hier geht es weiter mit Stielvolle Stiefmütterchen, Zungenbrecher. Stempelset um 40% reduziert auf 18,60 Euro und die Standsformen wieder um 50% auf 19,50 Euro. Also auch ein toller Rabatt. Das Stempelset, da gibt es nur ein Stempelset, ist um 40% auf 15 Euro reduziert. Hier geht es weiter, So Refreshing, mag ich total gerne Stempelset, vor allem diese kleinen Standsformen. Die Erdbeeren, die kleinen, die Zitronen, die habe ich echt gern genutzt. Also ein süßes Stempelset, beziehungsweise insbesondere auch die Standsformen. Und das Stempelset ist um 30%, auf 21 Euro reduziert die Standsformen wieder um 50% auf 19 Euro. Also zusammen 40 Euro ist schon in Ordnung. So, jetzt kommt das erste Designerpapier. Also, was mir aufgefallen ist, die Designerpapiere, die hier reduziert sind, sind in der Regel um 40% reduziert. Wenn es 15,25 Euro kostet, regulär sind es jetzt 9,15 Euro. Die Pailletten hier sind um 10% reduziert, auf 7,20 Euro. Und die Standsformen von diesem Produktpaket Bummelzeit sind nicht reduziert. Und das deutsche Stempelset auch nicht, aber in Englisch ist es um 20% reduziert. Also, falls es euch interessiert, auf 24 Euro. Die Zitronen gehen auch raus. Stempelset 40% reduziert, 16,80 Euro. Und die Standsformen 30% reduziert, auf 28 Euro. Bei den Standsformen ist das Besondere, dass es ja diese Hybrid-Standsformen sind. Das heißt, ihr habt einen Prägefolder dabei, wo ihr diesen Hintergrund, diese Zitronen, prägen könnt. Und mit der Stanze könnt ihr diese geprägten Zitronen auch noch ausstanzen. Also, entweder stempeln und ausstanzen oder prägen und ausstanzen oder vielleicht auch beides. Auf jeden Fall ist das ein echt tolles Set. Und das ist jetzt auch ziemlich reduziert. Vor allen Dingen mit diesen Hybrid-Standsformen. Und das ist nämlich normalerweise richtig teuer. Dieses Stempelset ist, finde ich, auch total süß. 50% auf 15 Euro reduziert. Das lohnt sich doch mal. Vor allem Sprüche kann man immer gebrauchen. Das hier etwas Besonderes ist ein Übernahmeprodukt. Das heißt, dies wird in den neuen Katalog übernommen. Two-Tone Flora. Stempelset 30% reduziert, auf 19,60 Euro. Standsformen dazu 50% auf 24 Euro. Also, da hüpft das Herz doch höher. So, schöner Park. Mag ich total gerne mit diesem Für-Stempel. Und danke für oder für dich. Wo ist das Dich? Da ist es. Bisschen falsch hingeklebt. Das nervt mich jetzt hier so. Also, für Dich. Also, das ist ein ganz tolles Stempelset. Das wird tatsächlich übernommen. Und die Standsformen dazu auch. Dann gibt es hier noch Familienfest. Gute Frage. Warum ist das jetzt nicht dabei? Familienfest steht hier auf der Liste nicht drauf. Und wird übernommen. Ach doch, ich habe es im neuen Katalog gesehen. Das wird übernommen. Dann gibt es hier noch Petal Park. 20% auf Stempelset. Die Stanze dazu. Blühender Park. Ist auch reduziert. Habe ich auch irgendwo gesehen. So, wo war es? Ich habe sie gesehen irgendwo. Da bin ich ganz sicher. Dekorativer Park. Weiß ich jetzt nicht. Aber habe ich hinten drin auf jeden Fall noch. Bei den Stanzen. Also, ich habe sie hier nicht gefunden. In der Liste. Aber sie ist reduziert. Ich habe es gesehen. Ich meine auch. Ich gucke jetzt mal direkt. Wo sind denn die Stanzen? Da sind die Stanzen. Da habe ich es nämlich aufgeschrieben. Und das ist blühender Park. Ah, nee. Der wird übernommen. Die werden offensichtlich übernommen. Oder ich habe sie nicht gefunden. Ich glaube, sie werden übernommen. Genau. Aber das Stempelset ist 20% reduziert. So, dann geht es weiter. Allerbeste Grüße. Stempelset. Stempelset 50% reduziert auf 15,50. Und die Stanze, das ist die Trio Best-of-Stanze, ist 40% auf 18 Euro reduziert. Das Stempelset ist um 60% auf 12 Euro reduziert. Auch schön mit den Äpfelchen. Auch eine schöne Schriftkombination. Mag ich auch gerne. Und da habe ich sogar noch was Besonderes. Nämlich, ich habe dazu noch Stanzformen, die ich mal in einer Sonderaktion im Artisan-Design-Team dazu bekommen habe. Als Sonderaktion. Genau. Die werde ich sicherlich auch in meinem Flohmarkt nochmal anbieten. Genau. Also, wenn ihr Interesse an einem Flohmarkt habt, auch bei mir von aussortierten Sachen, dann meldet euch sehr gerne nochmal per E-Mail oder schaut einfach regelmäßig auf meinen Insta-Account. Da werde ich das auch entsprechend nochmal ankündigen. So, dann ist das Stempelset Landhauskranz 50% auf 11,50 Euro reduziert. Die Stanzformen auch um 50% auf 24. Also sind wir mit 35,50 Euro dabei für ein komplettes Set und Grenze gehen immer, oder? So, hier, das ist auch ein tolles Set, fantasievolle Jahreszeiten. Das Stempelset in Englisch ist reduziert um 50% auf 16,50 Euro. Und die Stanzformen auch um 50% auf 22,50 Euro. Das deutsche Set ist nicht reduziert. So, das wird übernommen und die Stanzformen dazu auch. Dann kommt Legal Reindeer. Und zwar Stempelset 20% auf 24, Stanzformen 50% auf 20 Euro. Dann, Lichterzauber. Stempelset 30% reduziert, 21,70 Euro. Stanzformen 40% auf 24,50 Euro. Jetzt das MGS, das Stempelset mit den passenden Stanzformen dazu. Stempelset sogar 60% reduziert, 11,20 Euro. Und die Stanzformen 50% auf 22,50 Euro. Das ist doch ein Wahnsinnspreis, oder? Jetzt kommt Jahresringe. Ehemals Produktpaket. Da gibt es auch wieder diese Hybrid-Stanzformen. Nämlich, hier seht ihr es, die geprägten Hintergründe mit den Jahresringen. Und dann dazu die passenden Stanzformen, um die entsprechend, wie hier auf dem Bild, auszustanzen. Ein süßes Set, vor allem auch mit den Pilzen, wirklich nett. Und dem Häuschen mag ich. Stempelset 60% auf 11,20 Euro reduziert. Und die Hybrid-Stanzformen 60% ebenfalls. Das heißt, ihr seid hier mit knapp 30 Euro dabei. 29,20 Euro. Das ist mega, oder? So, dann feierliche Anhänger. 30% auf 19,60 Euro. Jetzt geht es weiter hiermit. Das Designerpapier ist da. Da ist tatsächlich nur 30% reduziert, auf 10,68 Euro. Die Stanzformen zu dem Zuckersüßer Zoo sind nicht reduziert. Aber das Stempelset auf um 10% auf 28,80 Euro. Also wenig Prozente. Das ist halt bei diesen ganz beliebten Sets, die gut gegangen sind. Da sind die Rabatte dann nicht ganz so hoch. Genau, das Band kostet 9,80 Euro. Jetzt ist es um 20% reduziert. So, das süße Set Birds Eye View wird komplett übernommen. Dann, hey, tschak. Das Stempelset ist nicht reduziert. Stanzformen um 30% auf 27,30 Euro. Das Osterhausenset wird reduziert um 60%. Das heißt, dieses süße Set kriegt ihr für 9,20 Euro. Wie geil ist das? Und die Stanzformen um 40% auf 16,20 Euro. Das heißt, ihr seid bei 25,40 Euro. Dabei. 25,40 Euro für die beiden Sachen zusammen. Mega. So, hierbei fröhliche Etiketten. Finde ich auch super die Sprüche. Stempelset kostet 12,00 Euro. Um 60% reduziert. Und die Stanzformen habe ich nicht gefunden dazu. Fröhliche Etiketten. Die war aber auch irgendwo. Schauen wir nochmal hinten nach. Wo hatte ich die? Fröhliche Etiketten. Wo war's? Wo war's? Wo war's? Wo war's? Die vorne war sie, gell? Genau. Da habe ich nichts zu gefunden, tatsächlich. Ich habe sie im neuen Katalog aber auch nicht gefunden. Das weiß ich tatsächlich nicht, was damit ist. Also, manche Sachen hauchen irgendwie nicht so wirklich auf. So, dann ist die Ligus 60% auf 12,40 Euro. Cool, oder? Das fällt raus. Taco Fiesta. Auch ein sehr süßes Set. Gibt's keinen Rabatt. Die Äffchen fallen auch raus mit der passenden Stanze. 50% aufs Stempelset. 50% auf die Stanze. Also mit 26,80 seid ihr für beides zusammen dabei. Statt 47,50. Ist mega, oder? Und also, die 50% beziehen sich natürlich auf die Einzelpreise. Der Produktpreis, deshalb ist es nicht ganz die Hälfte. Der Produktpreis wäre ja regulär. Ähm, das wäre 26. Ähm, also die Stanze 27 und das Stempelset 6. Also ursprünglich normalerweise 53 Euro und davon die Hälfte ist das halt jetzt. 26,50. Genau. Und nicht auf diese Paketpreis, ähm, auf diesen reduzierten Paketpreis, sondern auf die Einzelpreise. Nur, dass ihr es wisst. Das fällt leider raus und es gibt auch keinen Rabatt drauf, weil das ist einfach zu beliebt. Und das ist auch ein wahnsinnig tolles Set. Das kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Weil das habe ich schon so viel hergenommen. Und gerade diese Kombination mit den, mit den, äh, verschiedenen, äh, Schriften ist einfach mega. Das habe ich übrigens auch in Englisch. Und, ähm, ich glaube, da drauf gibt es auch keinen Rabatt. So, dann Hello Kiwi, 50 Prozent, 12,50 Euro. Dann Share a Milkshake, das Stempelset 11,50 Euro. Stammesform 60 Prozent, 14,80 Euro. Also, das ist verrückt. Genau. Hierbei, kleine Grußvielfalt, auch ein tolles Set, nehme ich auch gerne her. 40 Prozent auf 15,60 Euro. Das fällt raus, gibt es aber keinen Rabatt drauf. Offensichtlich ging das woanders gut. Ich habe kein einziges davon, glaube ich, verkauft. Keine Ahnung. Ich habe mir eingebildet, ich bräuchte es am Anfang, ähm, weil ich Kronen so liebe. Aber habe dann gedacht, mit dem Englischen, naja, hat mich dann doch nicht so gelockt. Das Set, kleine Träume, fällt raus. Es gibt keine Prozente. Weder auf die Stanzform, noch auf das Stempelset. Flotter Käfer, 50 Prozent auf Stempelset, also 11,50 Euro. 50 Prozent auf die Stanze, 13,50 Euro. Macht zusammen 24,50 Euro. Was soll ich dazu sagen? Bei dem Igel, Happy Hedgehogs, 40 Prozent auf Stempelset, 13,20 Euro. Und Stanze, 50 Prozent, 13,50 Euro. 26,70 Euro für alles zusammen. Und hier fast das gleiche, sogar noch mehr. Stempelset, 9,20 Euro, Stanze, 13,50 Euro. Das ist kaum noch zu überbieten. Das Set Wetterfest wird übernommen und die entsprechenden Stanzformen auch. Dieses Set, da ein Danke für alle Fälle, gibt zu 30 Prozent für 19,60 Euro. Das fällt raus, gibt aber keine Prozente dafür. So, die Prägeform, diese hier. Welche ist das? Prägeform heißt Rustikale Blüten, 20 Prozent für 8,40 Euro. Das Papier habe ich nicht gefunden. Stanzformen, äh, Stempelset, 20 Prozent, 22,40 Euro. Das sind diese hier. Und die Stanzformen, die werden tatsächlich übernommen in den neuen Katalog. Nur das Stempelset fliegt raus. So, dann geht's weiter. Stempelset, 60 Prozent, auf 10 Euro. Das ganze Set kostet 10 Euro, statt 25. So, dies hier, Textured Floral, wird übernommen plus entsprechend die Stanzformen hier. Wiesenruhe, Stempelset, 50 Prozent, für 13 Euro. Stanzformen, 23 Euro, auch 50 Prozent. Zeitlos arrangiert, wird nicht übernommen, gibt's aber auch keine Prozente drauf. Das sind übrigens ganz herzallerliebste Stanzformen. Die mag ich super, super gerne. Hier sind so drei Stück. Und die sind echt toll. Also, das ist auch ein sehr, sehr tolles Set, weil schöne Sprüche dabei sind, schöne kleine Sprüche. Und, ähm, ja, auch einfach ein nettes Set. Darling Details, Stempelset, 30 Prozent reduziert, 21 Euro. Stanzformen, 50 Prozent, auf 22 Euro. Also, wahnsinnig viele Stanzformen sind um 50 Prozent reduziert. Das ist irre. Ebenfalls die Stanzen, wenige auf 40 Prozent, die mehrere auf, also die meisten auf 50 Prozent. Mein Lieblingsset, es tut mir so leid, dass das rausfällt, ist auch nur um 10 Prozent reduziert auf 27 Euro. Das würde ich mir aber auch zum Normalpreis jederzeit wiederholen, was einfach, einfach toll ist. Damit habe ich nämlich meine Swaps gerade noch gemacht, für On Stage, mit dieser Schreibmaschine. Ich liebe sie. Also, das werde ich auch nicht hergeben, weil es ist einfach toll. Regenbogen drin, Herz drin, ähm, ein Briefumschlag drin. Das Hallo finde ich super, Sprüche finde ich gut, die Schreibmaschine ist mega. Also, von daher, das ist ein Must-Have. Produktreihenkollektion, elegante Töpferkunst. Designerpapier, 40 Prozent, 9,15 Euro. Das Stempelset ist um 10 Prozent reduziert auf 28,80 Euro. Und die Stanzformen sind gar nicht reduziert. So, das Wirr wird übernommen. Courage and Faith, Courage, Courage, Faith, wird übernommen. Hoffnung und Segen fällt raus, ist aber nicht reduziert. Place is in the Heart. Stempelset ist reduziert um 30 Prozent auf 18,90 Euro. So, ihr merkt, naja, vielleicht merkt ihr es nicht, also irgendwann wird meine Schrift ein bisschen schlampiger, weil ich so viele Zettel geschrieben habe, dass ich am Anfang so einen Stapel Zettel neben mir hatte, so von den Post-its, und hinter waren keine mehr da, weil ich wirklich so viel verklebt habe. Also, ich habe da auch echt lang drangesessen. So, also, gemeinsame Zeit. Stempelset 10 Prozent reduziert auf 22,50 Euro. Stanzformen 20 Prozent auf 32 Euro. Das ist das mit dieser Sanduhr. Dann, wo ist die Kala Strauß? Stanze 50 Prozent reduziert, die 13,50 Euro. Das sind süße Herzen hier, die beiden. und die Blätter, also die beiden Herzen und die Blätter sind die Stanze, die Lementstanze. Und das Stempel Zettel ist um, was heißt das, 28? Hä? Ah, ist reduziert wahrscheinlich um 60 Prozent auf 11,20 Euro. Kann das sein? Ich glaube schon. 75, schauen wir nochmal nach. 75, Rusti Kala Strauß, 60 Prozent, 11,20 Euro. So, das Stempel Zett Everlasting Beauty, 50 Prozent reduziert auf 16 Euro. Das fällt raus. Also, ich habe es weder im neuen Katalog gefunden, noch habe ich es in der Liste gefunden. Also, ich gehe davon aus, dass es rausfällt. Das hier wird übernommen. Bleibt frech, wild und wunderbar. Auch ein mega schöner Spruch. Allein dafür lohnt sich das schon. So, das wird auch übernommen. Am Haken, das Angler Set. Also, ich gehe davon aus, weiß ich nicht genau, ob das reduziert wird. Also, es wird immer nur das Produktpaket übernommen. Beziehungsweise nicht als Produktpaket, sondern dann als Einzelnen, einmal Stanzen, einmal Stempelset. Also, als Produktpaket gibt es es nicht mehr. Wenn es einmal als Produktpaket im Katalog war, wird es im nächsten als Einzelposten aufgeführt. So, Supremely Awesome, 60 Prozent auf 12,80 Euro. Das Stempelset Positive Elemente, 30 Prozent, 19,60 Euro. Und dieses Kinder Set, 30 Prozent, 19,60 Euro. Achtung, Baustelle. So, dann kommt, auf Reisen, 30 Prozent auf 21 Euro reduziert. Das fällt raus, gibt es aber keinen, gibt es keinen Rabatt drauf. Das hier, mein lieber Mann, fällt raus, gibt es keine Prozente aufs Stempelset, aber auf die Stanzformen, maskuline Etiketten, gibt es 17 Prozent. Also, die passenden Stanzformen, die stehen immer unter dem Stempelset drunter, mit der entsprechenden Anzahl der Seite. So, Oceanfront, 30 Prozent auf 18,90 Euro. Das hier am Waldrand wird übernommen, plus die entsprechenden Stanzformen. Das ist auch ein süßes Set. Wild and Sweet, fällt raus, gibt es aber keinen Rabatt drauf. So, jetzt Galaktische Welten, Produktreihenkollektion. Das Designerpapier, wieder 40 Prozent, das hier, 9,15, Stempelset ist 20 Prozent reduziert auf 24,80 und die Stanzformen 10 Prozent auf 37,80. Motorradfahrt, plus die Stanzformen werden übernommen. On the Ocean, Stempelset 50 Prozent auf 14,00 Euro, Stanzformen 16 Prozent auf 17,60 Euro. Beside Me wird übernommen in den neuen Katalog. Ja, komm. So, das Fun on the Wheels, Stempelset ist nicht reduziert, Stanzformen 20 Prozent auf 28,80. Dieses hier wird wieder übernommen, Freude am Kredieren als Einzelposition, also einmal Stempelset und dann Freude am Kredieren, Stanzformen. Für Musikerfans, du rockst, Stempelset 60 Prozent, 10,40 Euro. Mit Schlagzeug, Gitarre, Klavier, Tastatur, also schon echt ein ganz cooles Set. Gerade für musikalische Menschen. Ist doch ganz cool. Mein Sohn spielt auch Schlagzeug, da hatte ich tatsächlich schon überlegt. Genau. Ansonsten, eine Runde Glück. Stempelset ist nicht reduziert, Stanzformen 40 Prozent auf 18,00 Euro. Level Complete, fällt raus, gibt es keinen Rabatt drauf. Farbenfroh, Pflanzenwelt. Das Designerpapier wieder um 40 Prozent, reduziert auf 19,15. Stempelset 30 Prozent auf 23,10. Und dieses Stanzenpaket, also zwei große Stanzen, 20 Prozent auf 39,20 Euro. So, dann entspannte Momente, 50 Prozent kosten noch 15 Euro. Learing Leaves, wird übernommen mit der passenden Stanze Zweig dazu, oder Zweige, und werden beide in den neuen Katalog übernommen. Das fällt raus, gibt es allerdings keinen Rabatt drauf. Dann Flaschenpost. 50 Prozent auf Stempelset, 14 Euro. Stanze 40 Prozent auf 16,20 Euro. Dann, da gibt es sicherlich auch die Flaschen, die sind, da habe ich nicht geguckt, was die kosten. Da müsstet ihr dann entsprechend nochmal schauen. Also ich habe die ganzen Accessoires, Ich bin die ganzen Stempelsets und Stanzformen durchgegangen, weil ich das sehr, sehr unübersichtlich finde. Aber, wenn ihr, Embellishments, also im Prinzip solche, so kleine Accessoires und so weiter, wenn ihr da, hier solche Sachen, Pailletten und solche Sachen, wenn ihr da schauen wollt, guckt direkt im Online-Shop nach. Also da kriegt es, da kommt man sonst nicht mehr hinterher, wenn man jedes einzelne Produkt nochmal nachschaut. Deshalb, mir war es wichtig, euch erstmal die Stempelsets und die passende Stanzform. Wozu gibt es überhaupt eine Stanzform? Das entsprechend euch rauszusuchen, was sie sozusagen im Paket kosten. Da ist übrigens die Flasche, da kann man nämlich eine wunderbare Schüttelkarte mitmachen, in Kombination mit der Stanze und dem Stempel. Und diese Flaschen, die gibt es sicherlich auch im Ausverkauf. Habe ich aber nicht nachgeschaut. Müsste mal noch schauen. Warte mal, kann ich gerade gucken? Plastikkuppeln, 141, hatte ich eben hier. Warte, 101, Plastikkuppeln, ha, habe ich schon. 6,83 Euro statt 9,75 Euro. Also um 30 Prozent sind die reduziert. So, Boltbuckel, Stanz, Stempelset 50 Prozent auf 12,50 Euro, Stanzform 60 Prozent auf 13,60 Euro. Das Stempelset ist auch um 50 Prozent auf 15 Euro reduziert. Auch eine coole Kombination von Schriften. Gefällt mir gut. Stempelset 60 Prozent auf 12,80 Euro. Nochmal Stempelset, 60 Prozent auf 12,80 Euro und Stanzform 60 Prozent auf 16,80 Euro. Also Meeresbucht. Und hier Naturschönheiten. So, meisterhafte Werke, beziehungsweise heißt die Kollektion. Dann das Stempel der wunderschöne Werke. Gibt keinen Rabatt drauf, auf die Stanzform. Und die sind sehr cool. Das ist nämlich diese Ringbuchstanzform. Deshalb habe ich mir das nur geholt. Wobei diese Bezweigstanzformen auch sehr, sehr schön sind. Und diese abgerissene Seite. Also das sind echt tolle Stanzformen. Die sind auch 10 Prozent entsprechend reduziert auf 35,10 Euro. 60 Prozent auf die 9,20 Euro. Finde ich auch ganz cool, auch wenn sie in Englisch sind. Mit diesem länglichen Spruch nach unten. Mag ich sehr. Ansonsten das kreative Tage. Damit könnt ihr euch ja einen eigenen Kalender stempeln. Und zwar immer unabhängig vom Jahr. Es ist eine ganz clevere Geschichte. Ganz einfach zu stempeln. Und ihr könnt euch euren eigenen Kalender, egal welches Jahr, welcher Monat ist, damit stempeln. Kostet es, in Deutsch ist es nicht reduziert, in Englisch 30 Prozent auf 14,70 Euro. Das Set wird übernommen. Kaffee in Freundschaft. Dann Marvelous Nature. 40 Prozent auf 19,20 Euro. Das Set bezaubernd botanisch. 60 Prozent auf 11,20 Euro. Dann Your Path Awaits. 50 Prozent auf 15,00 Euro. Auch ein schönes Set. 50 Prozent. 12,50 Euro. Das Stempelset. Und die Stanzform dazu. Auch nochmal 50 Prozent auf 19,50 Euro. Die Schildkröten Sea Turtle wird übernommen. Und Enchanted Butterfly ist nicht reduziert, fliegt aber raus. So, dann Gänseblümchentraum. Das wird tatsächliches Produktpaket, beziehungsweise nicht als Produktpaket, sondern Einzelposition, Stempelset und Stanzformen werden übernommen in den neuen Katalog. Das Designerpapier ist um 40 Prozent reduziert, auf 9,15 Euro. Und die Schmucksteine um 30 Prozent, auf 6,83 Euro. Dann Beauty of the Deep wird übernommen in den neuen Katalog. Mehr an Glück. Stempelset 60 Prozent auf 11,20 Euro. Stanzformen 50 Prozent auf 21,00 Euro. Also diese Meereswellen sind das, gell? So, dann Kunstvoll koloriert. Stempelset 10 Prozent auf 27,00 Euro. Und die passenden Stanzformen künstlerisch auf 21,50 Euro. Das Stempelset Priced Plant 50 Prozent auf 12,50 Euro. Hierbei Softly Sketched 50 Prozent 15,00 Euro. So, dann Around the Bend 60 Prozent 12,40 Euro. Und das ist mein Must-Have. Das Alphabet mit der passenden Stanze. Die Stanze ist beides nicht reduziert. Ich kann euch aber auch nur anraten, euch das noch zu sichern, wenn ihr das nicht habt. Alphabet ist immer wichtig. Und das sind die Stempel, die auch von der Größe her echt ganz gut sind. Also das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Mit Liebe gestempelt wird übernommen. So, jetzt kommen wir zu den Hintergrundstempeln. Sketch Plate und Watercolor World, die werden übernommen. Die beiden hier, genau, nee, das ist 30 Prozent hier, Berry Harvest, 30 Prozent auf 17,50 Euro. und Rays of Light und It's in the Stars, die fallen raus, aber ohne Prozente. Also die gibt es regulär, dann noch zu kaufen, also sozusagen zum Normalpreis. Hier drauf 30 Prozent und auf diese beiden 50 Prozent, die kosten dann beide nur noch 11 Euro. Das wird übernommen, das wird übernommen. Und hier gibt es 40 Prozent auf Snow Crystal für 15,60 Euro. Und hier gibt es Perfectly Detailed 60 Prozent für 12,40 Euro für den Hintergrundstempel. Auch cool. So, jetzt bin ich da nicht mehr gesondert auf die einzelnen Sachen eingegangen. Es fällt einiges raus. Das Wichtigste, was ich euch sagen will, Moment, jetzt muss ich mal gucken, wo sie sind, die Acrylblöcke. Bei den Acrylblöcken, wo habe ich sie? Gucken wir mal. Gehen wir mal gerade da hin. Na, glaube ich zwischen den, Diese Acrylblöcke gibt es im Moment. Zukünftig gibt es den A nicht mehr, das ist der kleinste. Und tatsächlich habe ich den zweimal hier bei mir, das ist der. und den nehme ich so viel. Also, das ist einer der meistbenutzten Stempelblöcke bei mir. Plus B und C, die drei nehme ich sehr viel und den G und der fällt auch weg. Also, die beiden nehme ich tatsächlich sehr, sehr viel. und der ganz große I, der lange, der fällt auch weg. Also, wenn euch, und da gibt es keinen Rabatt drauf, die sind zum Regulärpreis noch bis zum 30.04. erhältlich oder solange der Vorrat reicht. Und die würde ich mir an eurer Stelle sichern. Zusätzlich, der Koffer, der Koffer, der Aufbewahrungskoffer fällt auch raus. Gibt es auch keinen Rabatt drauf, aber er fällt raus. So, das war mir wichtig, das nochmal loszuwerden. Dann fällt raus, extra starker Farbkarton Vanille Pur. Also, extra starken Farbkarton nehme ich wahnsinnig viel her. und eigentlich fast immer für die Grundkarte oder Grundverpackung nehme ich den extra starken her. Der weiße, den Grundweiß gibt es weiterhin, den extra starken Vanille Pur, der fällt raus. Ebenso wie Pergamentpapier rausfällt. So, dann gehen wir jetzt mal kurz zu den Stanzen. Weil die ganzen kleinen, also da wird eigentlich, ich glaube, die sind nicht mehr drin, die schwarzen, die habe ich, glaube ich, nicht mehr gesehen. Aber ansonsten bleibt eigentlich vieles drin. Da fällt natürlich auch ganz viel raus. Das müsst ihr euch separat nochmal anschauen. Bei den Bändern genau das Gleiche. Aber, jetzt kommen wir zu den entsprechenden Stanzformen. Die sind alle, da gibt es, glaube ich, 20% drauf. Genau, für 39,80. Da gibt es 50% drauf. Die habe ich tatsächlich nicht gefunden, weder im alten noch im neuen, also weder auf der Liste noch im neuen. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, was damit ist. Aber die fallen auch raus. Die habe ich auch nicht gefunden. Stanze nach Wahl, Fähnchen fällt raus. Und zwar zum, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, Fähnchen ist nicht reduziert. Also die fällt nur so raus, ist nicht reduziert. So, jetzt habe ich hier ganz viel gemacht. Die fällt auch raus, also die beiden sind auch nicht reduziert. Die fällt nicht raus, die wird übernommen. Und die hier wird übernommen. Also die beiden Zweige und elegante Etikettbordüre. Meine ich zumindest. Sicher fällt die Wolke raus, 50%. Also diese 50% sind immer 13,50 Euro. Bis auf den Osterhasen, das ist 40%, der kostet 16,20. Genau. Hier auch, diese Trio-Stanze, 40% für 18 Euro. Und ansonsten aber, hier die beiden, Flasche und Segelboot sind 40%, auf 16,20. Ansonsten überall 50%, auf 13,50. Die hier wird auch übernommen. Und diese wird nicht übernommen, gibt aber keine Prozente da drauf. So, und jetzt gehen wir noch kurz zu den Stanzformen. Denn, bei den Stanzformen, bei den Produktpaketen, das habe ich euch alles mit den Stempelsets schon gezeigt. Aber, so, das muss ich jetzt gerade mal noch gucken. Das habe ich nämlich auch nicht gefunden, ob die rausfallen. 162, das interessiert mich jetzt noch. 162. Also, es steht nicht drin. Es würde mich jetzt auch sehr wundern, wenn das angesagte Alphabet rausfallen würde. Also, ich hoffe sehr, dass das drin bleibt. Also, hier in der Liste habe ich es jetzt nicht gefunden. So, aber, was rausfällt, jetzt fangen wir mal, doch hier sind wir richtig. Was rausfällt, sind die Anhänger nach Maß, was ich dramatisch finde, weil das sind die wichtigsten Anhänger, also, eine der wichtigsten Stanzformen überhaupt, die nehme ich so viel her. Gibt es auch leider keinen Rabatt drauf, aber die fallen raus. Das heißt, habt ihr sie nicht, sichert sie euch. Genau das Gleiche bei den, naja, nicht ganz so wichtig, also, die sind schon wichtiger, aber auch sehr, sehr schön sind die Basic Bordüren. Gibt es auch keinen Nachlass drauf. Beschwingt, bestickt, das sind keine Stanzformen, ja, sind Stanzformen, die aber nur Innen, sie stanzen nichts aus, keine Umrandung oder so, sondern stanzen hier innenliegend, so eine Art Stickmuster. Genau. Kosten, 21,60, also 40 Prozent reduziert, reduziert. Dann der richtige Dreh, also die Drehkarte, die, warte mal, ich hole sie mal gerade, da habe ich noch eine Weihnachtskarte, irgendwo, hier, so, also hier diese Drehkarten, diesen Drehkartenmechanismus, das fällt raus, 40 Prozent reduziert, auf 28,80 Euro, ist auch ein Schnäppchen. Dann Gartenpracht, 40 Prozent, 30,60 Euro, kann man auch tolle Hintergründe mitmachen. Also, genau. Dann, geometrische Blüten, 50 Prozent reduziert, auf 27,50. Also die anderen, das sind alles, die nicht mehr in Produktpaketen sind, sondern die, ähm, ich euch bei den Stempelsets schon gezeigt habe. So. Dann, Grüße in 3D, ich glaube, die werden übernommen, gucke ich nochmal ansonsten hier, hübsche Hintergründe, 60 Prozent, 16,80 Euro kosten die. Und die Kneippermontschachtel fällt raus, gibt es aber keinen Rabatt drauf. Ansonsten, sind da noch welche dabei? Ja, hier, Patchwork, 10 Prozent auf 38,70. Dann die perfekten Punkte, super schöne Standsform, 15,60 Euro, sind um 60 Prozent reduziert. Die habe ich wiederum nicht gefunden, also weder im alten, auf der Liste noch im neuen Katalog, da weiß ich tatsächlich nicht, was damit ist. Vielleicht sind die online noch zu haben, ich weiß es nicht. Ansonsten, schönste Etiketten, 40 Prozent auf 24 Euro. Dann die Sticknaht Basics, die werden auf jeden Fall übernommen, was ich richtig gut finde. Dann Weihnachtszapfen, um 60 Prozent reduziert, auf 22 Euro. Dann Zierdeckchen Hybrid, also auch wieder Prägeform und Standsform dazu, auf 25,50. So, und das war's erstmal. Ich habe nicht, das habe ich jetzt nicht mehr rausgesucht. Also, irgendwo hatte meine Zeit dann ein Loch, weil das eh schon ewig gedauert hat, aber ich wollte euch die wichtigsten Sachen zeigen und alles andere müsst ihr dann im Online-Shop gucken, was euch dann noch über den Weg springt. Ich werde in einem separaten Video, das mache ich aber erst morgen oder übermorgen, werde ich noch den Mini-Katalog durchgehen. Das geht sehr, sehr viel schneller und dann hoffe ich, dass ihr damit ein bisschen besser, mehr ein, ein bisschen, so, jetzt ist es schon spät, ein bisschen besseren Einblick bekommt in die Liste und nicht da, wie der Ochs vom Berg steht und die Liste durchschaut und sagt, hä, und jetzt, und wie finde ich das alles? Also, ich sage euch, das ist schon sehr wuselig. Und da habe ich schon die ganzen französischen Sets rausgenommen, sonst wäre die Liste noch länger. Niederländisch und Französisch habe ich rausgenommen, Englisch habe ich dringelassen. Natürlich, weil manche Sets gibt es halt eben nur auf Englisch, deshalb waren die auf jeden Fall noch drin. Und so werde ich die Liste auch in PDF-Form, also ich habe die ja noch mal in PDF abgespeichert, habe die hier schon kleiner gemacht, habe zum Beispiel hier, ihr seht es, die Spalten ein bisschen enger gemacht, habe den Pfundpreis rausgenommen, ja, wir brauchen hier keinen Pfund bei uns, deshalb verwirrt das nur und macht es alles noch kleiner und unleserlicher. Das heißt, ich habe hier entsprechend einfach noch ein bisschen die Liste bearbeitet, optimiert in meinen Augen und werde die so als PDF auf meine Website stellen, dass ihr sie euch noch mal entsprechend so ausdrucken könnt. Genau. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und mich würde mal interessieren, ob euch das hilft, ob das okay war, das Format. Wenn ihr sagt, ja, ein anderes Format, wie ich das erkläre oder so, wäre euch lieber, schreibt es mir gerne rein, weil dann weiß ich das fürs nächste Mal. Ich freue mich über jede konstruktive Anregung von euch und ja, gebt mir gerne mal ein Feedback, das ist für mich auch wichtig und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und denkt dran, am 9.4. startet der Ausverkauf, sichert euch vorher die Sätze, die ihr unbedingt haben wollt und ansonsten wünsche ich euch Happy Shopping mit den Schnäppchen, weil es sind richtig, richtig viele Schnäppchen dabei dieses Mal und bestellen könnt ihr wie immer über shop.stempelfantasie.com und ihr wisst Bescheid, für jede Online-Bestellung gibt es im Folgemonat eine Überraschung von mir. Das kann ein Tutorial sein, das es nur exklusiv für euch gibt, also kein öffentliches, ein besonderes Tutorial oder aber eine kleine Überraschung, die per Post kommt. Auf jeden Fall möchte ich mich auf dem Weg bei euch für eure Bestellung und eure Unterstützung bedanken. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend, denn jetzt habe ich auch Feierabend. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao.